Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Auf diesem Kanal werden regelmäßige Horoskope hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Heute ist kein Tag, um drinnen zu bleiben und zu schmollen, Krebs. Es ist an der Zeit, die Vergangenheit hinter dir zu lassen und die Chancen zu ergreifen, die vor dir liegen. Anstatt dich mit dem zu beschäftigen, was bereits geschehen ist, konzentriere deine Energie auf das riesige Potenzial, das dich am offenen Horizont erwartet. Heute ist ein Tag, an dem du einen Gang höher schalten, den Moment nutzen und dich auf spannende neue Abenteuer einlassen kannst. Stell dir vor, du wärst der Protagonist in deinem eigenen aktiongeladenen Film und bereit, alle Herausforderungen anzunehmen, die auf dich zukommen. Das kosmische Klima, das dich umgibt, gibt dir ein Gefühl der emotionalen Sicherheit und befähigt dich, deine Wünsche gezielt und selbstbewusst zu verfolgen. Du weißt jetzt besser, mit wem du kommunizieren willst, nach welchen Mahlzeiten du dich sehnst und wann du ins Bett gehst. Deine Intuition ist stärker ausgeprägt und führt dich zu Entscheidungen, die mit deinen tiefsten Sehnsüchten übereinstimmen. Achte jedoch darauf, dass bestimmte Bereiche deines Lebens nicht zu sehr von deinen wechselnden Stimmungen abhängen. Es ist zwar wichtig, deine Gefühle zu respektieren, aber ein Gefühl der Ausgeglichenheit und Disziplin sorgt für Stabilität in deinem Handeln. Versuche zum Beispiel, mindestens dreimal pro Woche Sport zu treiben, auch wenn du dich nicht immer motiviert fühlst. Indem du dich an eine Routine hältst, kannst du deine allgemeine Stimmung und dein Wohlbefinden verbessern. Wenn es darum geht, wichtige Entscheidungen zu treffen, ist es wichtig, dass du dir Zeit nimmst und alle deine Optionen sorgfältig abwägst. Auch wenn du heute vielleicht dazu neigst, vorschnelle Urteile zu fällen, können überalte Entscheidungen in der Zukunft zu Reue und Komplikationen führen. Lasse dich von vertrauenswürdigen Personen beraten und wege die Vor- und Nachteile ab, bevor du dich auf eine bestimmte Vorgehensweise festlegst. Wenn du dir die Zeit nimmst, Informationen zu sammeln und andere zu konsultieren, wirst du fundiertere und bessere Entscheidungen treffen können. Aufgrund des aktuellen kosmischen Aspekts könntest du einen vorübergehenden Anfall von verbalem Zögern erleben. Es ist, als würden dir kurzzeitig die Worte entgleiten und du würdest in deinen Äußerungen stolpern. Das sollte dich aber nicht davon abhalten, deine wachsende Verbundenheit mit deinem Partner zum Ausdruck zu bringen. Wenn ihr darüber nachdenkt, eure Beziehung auf die nächste Stufe zu heben, ist es wichtig, offen und ehrlich zu kommunizieren. Teile deine Gedanken, Träume und Wünsche mit deinem Partner. Erlaube ihm, die Tiefe deiner Gefühle und deinen Wunsch, die Beziehung zu pflegen, zu verstehen. Auch wenn es natürlich ist, dass du Bedenken und Zweifel hast, solltest du deine Pläne nicht von Pessimismus überschatten lassen. Konzentriere dich stattdessen darauf, Gemeinsamkeiten zu finden und eine positive Einstellung zu pflegen, wenn ihr gemeinsam vorankommt. Wie in jeder Beziehung ist es wichtig, dass du dir die Fehler der Vergangenheit vor Augen führst und sie nicht wiederholst. Denke über die Lektionen nach, die du gelernt hast, und arbeite aktiv daran, dich zu entwickeln und zu verbessern. Vermeide es, dich selbst übermäßig unter Druck zu setzen, wenn es darum geht, die Zukunft deiner aktuellen Liebesbeziehung zu bestimmen. Erlaube der Beziehung, sich auf natürliche Weise weiterzuentwickeln, und sorge für eine offene Kommunikation und gegenseitiges Verständnis. Gib dir selbst den Raum, deine eigenen Bedürfnisse und Wünsche zu erforschen, und ermutige deinen Partner, das Gleiche zu tun. Heute Abend könnte eine kleine Frustration zwischen dem Mond und dem rückläufigen Saturn diese Gefühle noch verstärken und eine vorübergehende Belastung der emotionalen Beziehungen verursachen. Nimm dies zum Anlass, deinen Fokus auf die Selbstfürsorge und die Pflege deines eigenen Wohlbefindens zu richten. Beschäftige dich mit Aktivitäten, die dir Freude machen und dich erfrischen, und nimm dir Zeit für Selbstreflexion. Indem du dein eigenes Wachstum und Glück in den Vordergrund stellst, trägst du zur Stärke und Vitalität deiner Beziehungen bei. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass du die dynamische Energie des Tages annehmen und alle negativen Gedanken aus der Vergangenheit loslassen solltest. Ergreife die Chancen, die sich dir bieten, und gehe in eine Zukunft, die voller Spannung und Möglichkeiten ist. Vertraue auf deinen Instinkt, aber nimm dir auch die Zeit, wohlüberlegte Entscheidungen zu treffen. Pflege deine Beziehungen durch offene Kommunikation, Vertrauen und den Willen zum Wachstum. Vergiss nicht, dich selbst zu pflegen und alte Muster nicht zu wiederholen. Wenn du dich auf Veränderungen einlässt und dich auf dein eigenes Wohlbefinden konzentrierst, kannst du eine Zukunft voller Glück, Liebe und persönlicher Erfüllung schaffen. Gib also Gas, Krebs und stürze dich in das Abenteuer, das auf dich wartet. Nun ziehen wir zwei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung ein. Die Herrscherin steht für Fruchtbarkeit, Kreativität und nährende Energie. Sie ist ein Symbol des Überflusses und der natürlichen Welt. Diese Karte deutet darauf hin, dass es heute an der Zeit ist, deine inneren nährenden Qualitäten anzunehmen und dich mit der Fülle zu verbinden, die dich umgibt. Die Herrscherin ermutigt dich, dein kreatives Potenzial zu nutzen und einen Sinn für Harmonie und Schönheit in deinem Leben zu kultivieren. Diese Karte steht für eine Zeit des Wachstums und der Manifestation. Sie erinnert dich daran, deine Ideen, Projekte und Beziehungen zu pflegen und ihnen zu erlauben, zu gedeihen und aufzublühen. Die Herrscherin lädt dich ein, die sanfte, unterstützende Energie in dir anzunehmen und sie mit anderen zu teilen. Vertraue auf deine Fähigkeit, eine nährende und reichhaltige Umgebung für dich und die Menschen um dich herum zu schaffen. Begleitet wird die Herrscherin von dem Stern. Diese Karte steht für Hoffnung, Inspiration und Heilung. Sie ist eine Karte der Erneuerung und zeigt an, dass du in eine Phase der positiven Transformation eintrittst. Die Sternkarte vermittelt ein Gefühl von Optimismus und erinnert dich daran, dass es auch in schwierigen Zeiten immer Hoffnung und ein führendes Licht gibt, das dich voranbringt. Der Stern fordert dich auf, an die Zukunft zu glauben und darauf zu vertrauen, dass das Universum sich zu deinen Gunsten verschworen hat. Er lädt dich ein, groß zu träumen und an die Möglichkeiten zu glauben, die vor dir liegen. Diese Karte symbolisiert eine Zeit der Heilung und Erneuerung, in der du vergangene Verletzungen loslassen und ein Gefühl von innerem Frieden und Harmonie entwickeln kannst. Die Herrscherin und der Stern bilden zusammen eine kraftvolle Kombination für diesen Tag. Es ist eine Zeit, in der du dich auf deine nähernden Qualitäten besinnst, dich mit der Fülle verbindest und Vertrauen in die vor dir liegende Reise hast. Die Herrscherin ermutigt dich, ein liebevolles und reichhaltiges Umfeld zu kultivieren, während der Stern dir Hoffnung und Inspiration schenkt, die dich auf deinem Weg begleiten. Erlaube dir heute, dein kreatives Potenzial zu nutzen und deine einzigartigen Gaben und Talente zum Ausdruck zu bringen. Nimm deine Ideen, Projekte und Beziehungen in die Hand und beobachte, wie sie unter deiner liebevollen Fürsorge aufblühen. Vertraue auf den Prozess des Wachstums und wisse, dass dir der Reichtum in verschiedenen Formen zur Verfügung steht. Lass außerdem den Stern deinen Weg mit Hoffnung und Positivität erleuchten. Vertraue auf das Universum und glaube an die Kraft deiner Träume. Lass dich auf ein Gefühl der Erneuerung und Heilung ein und erlaube allen vergangenen Wunden, loszulassen und durch ein Gefühl des inneren Friedens und der Harmonie zu ersetzen. Sei offen für die Zeichen und Parallelen, die dir begegnen, denn sie können Botschaften der Führung und Inspiration enthalten. Bleib mit deiner Intuition verbunden und höre auf das, was dir deine Seele zuflüstert. Nimm die Freude und den Optimismus an, die mit der Ausrichtung der Kaiserin und des Sterns einhergehen. Die heutige Lesung steht für eine Zeit des Überflusses, des Wachstums und der Hoffnung. Nimm deine nähernden Qualitäten an, schöpfe dein kreatives Potenzial aus und schaffe ein Umfeld, das deine Träume und Ziele unterstützt. Hab Vertrauen in die Reise, die vor dir liegt, und vertraue auf das führende Licht, das dich zu deinem höchsten Potenzial führt. Indem du dich mit den Energien der Kaiserin und des Sterns in Einklang bringst, kannst du Schönheit, Fülle und Erfüllung in deinem Leben manifestieren. Vielen Dank fürs Zuschauen! Teile dieses Video gerne mit deinen Freunden und deiner Familie. Hinterlasse auch gerne einen Kommentar. Bis bald!